hallo und willkommen zurück zum crusader kings let's play mit unserem hermann von mecklenburg und ich habe ein paar sachen recherchiert und zwar nummer eins titelverlust bei nachfolge kommt ganz klar daher dass wir den wo ist es die falsche erbschaft haben wir stehen momentan auf der wahlweise erbteilung und wir müssten idealerweise zu dieser erbteilung kommen da fehlen uns aber noch ein paar sachen wir könnten diese einführen das alteste mitglied der dynastie erbnis das ist eigentlich nicht das was ich möchte sondern ich möchte eher in diese richtung gehen ansonsten wird es tatsächlich aufgeteilt bei mehreren kindern pardon das heißt wenn wir das tatsächlich so machen dann würden wir über die nächsten jahre wahrscheinlich alles verlieren was wir haben sobald unsere erste tochter wiederum ihre kinder hat und wieder ihre kinder hat dann wird es irgendwann alles aufgeteilt werden das heißt wenn wir jetzt weitere kinder bekommen dann würde das alles aufgeteilt wir müssten also schleunigst dazu übergehen dass wir hierhin kommen und dazu müssten wir ein vizekönig reich werde ist ein vizekönig reich werden darum werden wir uns auch noch mal kümmern bzw das werde ich auch noch mal anschauen wie wir das machen das war nummer eins und nummer zwei diese ansprüche können wir soweit ich das jetzt rausgefunden habe durchsetzen indem wir den typen den krieg erklären und das wäre dann die jura anspruch auf hamburg oder zum beispiel hier oben auf schleswig dann könnten wir hier auch den anspruch durchsetzen und unser rat würde das dann auch entsprechend belegen und wer findet das gut was wir da in den krieg ziehen aber da wir bereits gesagt haben als einer der haupt gründe für unser oder als einer der der haupt regeln für unser land dafür unseren herrscher oder unsere herrscherin wir werden keine kriege erklären wird dieser punkt leider nicht durchzusetzen sein und deswegen kommt er direkt weg da kümmern wir uns demnächst drum und unser krieg da hat sich immer noch nicht viel getan deswegen machen wir es auch mal weiter einige schwindigkeitsstufe hoch und dann lassen wir das einfach weiter laufen wer kommt jetzt hier 55 leute 1000 2000 leute schon wieder hat er nicht irgendwelche verbündeten hier ach gott jetzt gibt es hier auch noch einen bauern aufstand der sich deswegen zu uns hier reingezogen weil er dachte wir sind stark genau stark ist genau das was ich jetzt von diesem land nicht sehe wenn ich ehrlich bin das ist alles andere als stark bei den ganzen kriegen den wir hier führen sehr hilder aha seraphina na seraphina reicht jetzt müssten wir das gleiche problem eigentlich nochmal haben ja genau die baronie brunsbüttel würde jetzt an seraphina gehen und brunsbüttel ist jetzt abtei ist nicht hier irgendwo leweck mecklenburg werle wo ist denn die baronie brunsbüttel brunsbüttel ist mal greifswald bin ich jetzt blind ist denn die baronie brunsbüttel bauern 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 ja natürlich in der nähe von hamburg bauern 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 und eine einfache Wahrheit. Ein Freund eines Freundes wurde mir vorgestellt und ich fühlte sofort eine Art Verbindung mit diesem Fremden. Herzog Ottka von Kärnten. Ja. Ich hoffe, dass wir Freunde werden. Sehr gut. Oh, jetzt kommt uns unser König Otto zu Hilfe. Und ich ver... Ver... Okay, eins nach dem anderen. Wir hatten ein paar Differenzen und Streitigkeiten, doch als wir auf die Gemeinsamkeiten stießen, genoss ich es tatsächlich, mich mit Herzog Arnulf zu unterhalten. Ich sollte daran denken, meinem Freund zu danken, dass er mich Herzog Arnulf vorgestellt hat. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich so einen Mann gefunden habe. Ja. Sehr gut. Aber... König Otto von Deutschland hat den Titel Herzogtum Münster erschaffen. Herzogtum Münster? Aha. Na dann. Und, äh, was sehen meine müden Augen? Fünf. Ja, ich meine, also... Warum auch vier Kriege? Das ist ja mal... Das ist ja... Deutschland. Einen Moment. Das heißt, das ist Österreich hier. Okay. Ja. Kärnten. Ah, okay. Das erklärt einiges. Das ist Deutschland. Köln gehört auch noch zu Deutschland. Saarbrücken. Hier unten nicht mehr. Das sind die Franken. Das hier oben hat sich auch alles abgespalten. Deutsche Revolte. Lausitz. Das ist auch unabhängig. Boah. Und jetzt... Nummer fünf im Bunde. Das heißt, wir sind gegen die hier oben im Krieg. Gegen die. Die hier. Das müssten die hier gewesen sein. Ja, genau. Die wollen alle Holzsterne erobern. Gegen uns selbst. Und gegen den Großhäupten und Lestek. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Oh. Großpolen. Ach, du ahnst es nicht. Das ist der Hammer, ey. Und wir sitzen mit unserem kleinen Mecklenburg. Mittendrin. Und dadurch, dass wir nicht kriegerisch veranlagt sind, haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir einfach nur zugucken. Na dann würde ich sagen, gucken wir zu. Und schauen, was passiert. Ich habe Kunde vom Hofklappland Sigmund erhalten, dass er bei der Suche des Artefakts Fortschritte macht. Ja, sehr gut. Dann können wir uns die Nachricht nochmal angucken. Unsere Besitztümer in Lübeck werden belagert. Auch klar. Graf Ermich von Weinsberg wurde aus dem Kerker von Otto entlassen. Ja, das ist so. Sigmund ist jetzt als sehr merkwürdige, bekannt, unser Hofkaplan. Okay. Das machen wir erst noch zu Ende. König Rudolf von Arles hat König Otto von Deutschland ruft zu den Waffen zu seinem Kriegen angenommen. Bürgermeister Hugo von Aschaffenburg wurde von König Otto von Deutschland inhaftiert. Da unten. Okay. Das macht Sinn. Kriegen wir denn jetzt hier Hilfe? Und irgendwem? Wir haben jetzt hier 500 Mann, 300. 500. Ja. Nö. Kriegen wir nicht. Es kommen die Polen mit 4000 Mann. Das ist der Hammer, ey. Das ist der Hammer. Wir haben jetzt hier allen Ernstes dieser, dieser wahnsinnige König von Otto. Das ist ja ein halber Weltkrieg. Im Jahre 943. Und da soll nochmal einer sagen, der erste Weltkrieg war 1000 Jahre später. So ein Quatsch. Oder in dem Fall der zweite. Nicht in diesem Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hermann, Hermann, du tust mir leid. Denkt nur ans, äh, äh, Kinderkriegen. Denkt an nichts Böses und, äh, dann sowas. Oh, oh, oh. Ich glaube, wird ein Komplott. 57 Prozent. Wieso wird sich auch keiner anschließen? Wir hätten ja gesagt, töten tun wir. Das ist echt der Hammer, ey. Das ist echt der Hammer. Okay. Seit geraumer Zeit fällt mir der jämmerliche Zustand von Heike von Weißhaut auf. Naja gut, das steht ja schon im Namen drin. Ich habe gerade erfahren, dass ihre Schmerzen und der Schöpfungszustand durch Grippe verursacht werden. Oh mein Gott. Heike, wie geht es dir? Schwächlich, Grippe, Kampffertigkeiten mit Gesundheit minus 10. Gottes Willen. Heike, du bist 1. 1? Na gut. Nein. Selbstverständlich, werden wir sofort einen Arzt kommen lassen. Das ist unsere Tochter. Banditen überfielen die Belagerungsarmee bei Travemün und töteten viele Soldaten. Haha. Ja, nur dann. Hermann führt die Truppe persönlich an. Na. Hermann, 1000 Mann führst du in die Schlacht gegen 5 Gegner? Hermann, du bist die... Also, du bist wahnsinnig. Einfach wahnsinnig. Herzog Gero wurde von einem gemeinsamen Freund vorgestellt und wir redeten eine Weile gemeinsam. Wir hatten unsere Differenzen und Streitigkeiten, doch dann fanden wir Gemeinsamkeiten und ich hatte Spaß daran. Herzog Gero scheint eine anständige Person zu sein. So, mal gucken, wo der herkommt. Brandenburg. Ja, Mensch. Top. Also, direkt um die Ecke. Sehr schön. Ja. Selbstverständlich. Ich kann weder seiner Ansicht noch ihn leiden. Gucken wir uns den Typen mal an. Christine. Oh ja, die werden wir als nächstes verführen. Christine verführen. Ha. So machen wir das. Noch mehr Kinder. Kann die schaden. Und parallel. Ich werde bei Herzogin Christine sämtliche Künstler der Verführung einsetzen, bis ich sie in den Finger gewickelt habe. So machen wir das. So. Mittlerweile fünf Kriege. Türen alle bei fast minus 100%. Das ist extrem uncool. Nicht für uns, für König Otto. Niederlage. Das klicken wir einfach weg. Ich glaube, das ist mittlerweile egal. Eine gewohlplatzierten Worte, die zum Gerücht werden könnten, besser wirken als ein Liebesbrief. Herzogin Christine hat meine Nachricht wohl erhalten. Doch heute fand ich eine Haarlocke mit ihrem persönlichen Siegel in meinem Gemächern. Ja, sehr gut. Solange es kein Nagel ist. So, was ist jetzt hier? Unser König... Jesus, lass mich doch mal. König Otto kämpft für Holstein. Sehr gut, König Otto. Statt die Buffet jetzt aber auszubilden, hat Marschall Adalbero gegen sie gekämpft. In euren Reihen herrscht wahrlich ein großer Mangel an Disziplin. Wie bitte? Ja. 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 Verflixt. König Frodi, der Weltenvernichter, hatte meine Frau Herzogin Bertha die Eichenhaut dazu gezwungen, seine Konkubine zu werden. Wie bitte? Ja. Wer zum Henker ist er? Ach, du ahnst es nicht. Äh. Das ist ja der Hammer. Jetzt treibt diese Scheusal es mit meiner Frau. Das ist der Hammer. Ich werde nicht drohen, bis die Gerechtigkeit innehält. Mann, 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 Mann. Herrscher ist unverheiratet. Wie bitte? Ich bin unverheiratet? Dieses, das ist ja mal... Das ist ja unglaublich. Bertha die Eichenhaut. Konstanze voneinander macht. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt tatsächlich vielleicht mal eine passende Frau finden für uns. Agathe. Ja. Meine Erwachsene, bitte. Italien. Transsilvanien. Paris. Wessex. Nicht-Angriffspark, nicht-Angriffspark mit Paris. Kann ich nach diesen nicht-Angriffsparkten Satire... Nee, ne? Das ist ja doof. Naja, auf jeden Fall erstmal die Jüngsten ganz oben. Italienisch. Nein. Nein. Italienisch. Nein. Transsilvanien. Joala. Nein. Nein. Wo zum Henker ist das denn? Nein. Verdammt. Tura. Oh Gott. Das ist ja wirklich am ADW. Nee. Nee, 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 nee. Dann fangen wir wieder von vorne an. Sovänisch. Italienisch. Balisisch. Angersächsisch. Die sind so alt. Besessen. Oh Gott, nein. Transsilvanien. Ist gerissen. Verschwenderisch. Gebrechlich. Ah, das ist nicht so gut. Heidnische Religion. Hinterlistig. Gebildet könnte natürlich auch. Feige. Ungarn. Was kann die Gute? Sie ist feige. Zynisch. Stur. Ärgert sich schon schüchtern. Ah ja, die sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde sagen, wir probieren es mit. Mit ihr hier. Heirat arrangieren. Mit mir. Ja, und dann? Dann wird geheiratet. Würde ich sagen. So. Ich besuche ein Fest mit Christine. Doch leider ist fast die ganze Hochsgesellschaft ebenfalls hier. Und ich habe keine Gelegenheit, mit der süßen Beute alleine zu sein. Nach verbündeten suchen. Wir treffen uns am Fluss. Ich akzeptiere. Ja, sehr schön. Hätte ich nicht die andere genommen? Nein. Genau. Passt. 19 ist die gute Dame. Sehr schön. Diese Antwort von Herzog und Christine von Brandenburg hatte ich nicht erwartet. Wie es aussieht, sollte ich mich fernhalten. Das kommt überhaupt nicht. Nein. Das kommt hier überhaupt gar nicht in Frage. Äh. 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 Ah. Aha. Keine Seilen? dass er gerade abgesetzt wurde. Gero. Nein. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Verschwörungsvermorden. Christine verführen. Kann ich nicht. Das ist ja unglaublich. Okay. Hallo Hermann. Ich würde euch gerne zu einem Treffen mit mir und der kleinen Kleingruppe von Freunden einladen, um gemeinsam zu essen, zu trinken und die Welt da draußen eine Weile zu vergessen. Bitte denkt daran, mehrere Tage für dieses Ereignis einzuplanen, nur für den Fall, dass ihr nicht zur richtigen Stimmung geratet. Viele Grüße, Herzog Ottaka von Kärnten. Gucken, wie das mit meiner anstehenden Hochzeit zusammenpasst. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, wie es hier auch weitergeht. Und wir sind im Pausenmodus. Ach, Himmel, Herrgott. Ja. Magiare ist angekommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die etwas unwichtigen Nachrichten. Otto Ludefinger ist jetzt als der Verhexte verbekannt. Gott. Ja. Ja, das. Das. Wie mir die Worte. Kriegsfokus. Ja. Heidnische, christlich-heidnische aufs Neuespakt. Der Fähre. Ja, das ist... Was soll man dazu sagen? Meine Göttin Aranka ist schwanger. Ja, super. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir dann einen Sohnemann. So, erstmal die wichtigen Nachrichten. Ich habe Kunde vom Hofkaplan Siegmund erhalten, dass er bei der Suche nach dem Artefakt fortstimmert. Sehr gut. Die Seuche vor den Toren bei Waren haben viele Soldaten. Oh, mein Gott. Wird hier noch alles belagert? Da, von 6.500 Mann. Starigard. Tja, ihr Lieben. Ach. Schau, einer, guck. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Ah, aber die Hälfte. Das hat sich ergeben. Aber der Teil ist immer noch in der Revolte mit drin. Von Tankmar. Mein nächster König Otto möchte mich daran unterweisen, wie man Truppen anspornt. Äh. Inspirierender Anführer, Verteidigungsmoral, Moralschaden. Ja, ich würde sagen, das kann nicht schaden, ne? Also, das machen wir. Niederlage. Ja, Ja, gut. Das war jetzt zu erwarten. Auch da ist was zu erwarten. Und mit, dann gehen wir mal zur Pause. Einen Moment. Ich bin an die Privatgemächtig von Herzog Otka angekommen. Es gibt viel zu essen und zu trinken und die Stimmung ist definitiv ausgelassen. In dem Sinne mein Herzog Hermann. Frohes Saufen. Und wir beenden diese Folge mit fünf Kriegen. Einer liegt auf 75%. Die anderen haben wir alle verloren. Wir sind fast vollständig belagert. Wir werden demnächst, wahrscheinlich, wenn wir sterben, alle unsere Ländereien verlieren und unsere Töchter. Das wird aufgeteilt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.